In diesem Video hacke ich eine Bank. Und bevor das Video jetzt gleich wieder von TikTok gesperrt wird, das hier ist ein ganz normaler Prozess, den jeder Programmierer, der eine App veröffentlicht, an seiner eigenen App durchführen muss. Es wäre grob fahrlässig, wenn du deine App nicht auf die folgende Sicherheitslücke testest. Deswegen mache ich dieses Video. Und die Bank, die wir hacken, ist natürlich fiktiv und keine echte Bank. Hier auf hackexplaining.com. Wir geben irgendeine E-Mail und irgendein Passwort ein und drücken auf Login, was natürlich nicht funktioniert. Jetzt geben wir hinter unser Passwort allerdings noch so ein Hochkommer hier an. Wenn wir uns jetzt einloggen, sehen wir, dass hier ein Fehler aufgetreten ist. Das liegt daran, dass sowohl die E-Mail als auch das Passwort immer in solch eine SQL-Abfrage hier eingesetzt werden. Und wenn wir noch ein Hochkommer hinzufügen, dann wird dieses Hochkommer als Teil der SQL-Abfrage interpretiert. Wir haben hier also auf einmal zwei Hochkommer und dadurch kommt es zu einem Fehler. Die Attacke, die wir jetzt machen, ist eine sogenannte SQL-Injection. Das heißt, wir versuchen, diesen Fehler auszunutzen. Und zwar, indem wir hier statt einem Passwort jetzt einfach den SQL-Code versuchen zu erweitern. Ich habe jetzt hier folgendes eingegeben und dadurch ändert sich unsere SQL-Abfrage hier unten zu dem hier. Wir gucken also, ob wir einen Nutzer finden, wo das Passwort das hier ist, oder für das gilt 1 gleich 1. Und das hier ist ja immer der Fall. Dadurch, dass diese Abfrage hier immer erfüllt ist, können wir uns jetzt immer einloggen. Und wir sehen, wir sind in dem Bank-Account drin. Aber wie gesagt, das hier ist kein echter. Also TikTok, bitte hör auf, meine Videos zu löschen.